Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite hier im Duo mit Imkerfreund. Wir machen in diesem Video alle Aufgaben zur Woche 7. Und das sind nämlich die Aufgaben hier. Besuche alle Expeditionsaußenposten, nutze einen Riss oder Taschenriss in verschiedenen Matches. Eliminiere Gegner mit der Pistole, habe ich schon eins von drei, da ich heute ja schon gezockt habe. Also lande bei Salt Springs, besuche Truhen bei Loot Lake oder Frosty Flights. Zerstöre fliegende, also X4 Stormbrings, also Flugzeuge, sollte ganz easy sein. Und dann noch hier, es gibt zwei Phasenaufgaben und das eine ist ja, lande bei Salt Springs, die erste Phase von 5. Und die zweite Phasenaufgabe ist, äh, verursache Schaden im Verlauf eines Matches, das ist 200. Okay. Und was wir noch sagen wollten, wir versuchen das, also der Zinn von dem Video ist, wir versuchen das in einer Stunde alles zu schaffen. Ja. Sind übelst schwierig, ähm, da die Aufgaben hier in verschiedenen Matches sein müssen. Also. Okay, wir fangen an. Ja, okay. Also, als erstes werden wir in, ähm, Frosty Flights, als erstes werden wir in Frosty Flights landen und da erstmal die ganze Spielordnung. Ja, und mit Flugzeug und wie, ich glaube, man kann sich ja auch mal die Flugzeuge kaputt machen, oder? Ja, wir machen einfach die Flugzeuge gegenseitig kaputt, können dann im letzten Flugzeug nach, ähm, Salt Springs fliegen, haben die nächste Aufgabe. Dann nach Welding Wurps nutzen den Taschenriss, ähm, gehen, ähm, Dings, ähm, den Wind holen. Wir haben gerade eben auch schon Wind geholt, also nicht ich, also nicht mit Imkerfreund, sondern mit Gutmut, mit Matthias und mit Luis. Äh, war ganz chillig, ich hatte null Kills. Aber Leute, man muss auch null Kills schaffen, also wir haben da Challenge gemacht, wer, ähm, also welche Hengenkleider man hat. Diese Waffen darf man nur nehmen. Ja, wir sind geholfen, war ganz nice. Obwohl Matthias und Luis nur goldene Waffen nehmen durften, wir hatten bis zum Endgame. Beide nur Minigun. Und ich in Gutmut hat beide grün und hat nur grün. Ey, lass danach, ähm, nach Salt Springs fliegen, mit dem Flugzeug, also mit dem letzten Flugzeug, wenn wir beide Flugzeug zerstört haben. Dann über Salt Springs, äh, fliegen, dann haben wir die Aufgabe. Dann fliegen wir beide nach Welding Wurps und, ähm, benutzen den Rift. Ähm, und dann können wir hier noch, äh, Aufgaben, andere Aufgaben machen. Zum Beispiel, Expeditionsaustenposten besuchen, ist ganz easy. Da man die ja hier eigentlich jetzt wissen sollte, wo nicht sind. Da müssen wir alles sehen besuchen, das wird eigentlich leicht, weil wir müssen zu einem Expeditionsaustenposten schnappen und starten Flugzeug und fliegen zu dem Nächsten. Ich glaube, hier gehen sogar gestern, ja, hier gehen wir nicht. Ja, können wir direkt Kills machen. Auch wenn wir jetzt sterben, Leute, natürlich machen wir Aufnahmen weiter, weil es ist ja eine Challenge. Wir wollen das in einer Stunde schaffen, alle Aufgaben. Ich habe hier schon nur eine geöffnet. Ja. Äh, ich hab ne Eier. Ne Pumpe. Ist die vier noch ne Kiste? Hier ist die Schöne noch ne Kiste. Ich hab sie aufgemacht. Ich hab direkt den Schockern. Ja, ich hab ne, na, ich hab ne Pumpe, ne Blaue. Oh, ne Eier, willst du die AK? Äh, AK? Nö, ich hab ne Ska. Der vom Gegner. Ich weiß. Ich hab gerade geklaut. Ich weiß, ich hab sogar auch gehabt. Komm. Äh, noch nicht runtergehen, lass es weit draußen müssen. Ja, hier sind so wenige Materialien, da unten ist noch ein Bitniss. wir müssen ein bisschen aufpassen damit die gegner uns nicht wegläsern wir benötigen hat das kann ich hier ist ein slurper kannst du haben die kommen ich kann dann schießen er ist tot und ich habe ihn 50er gegeben jede kannst allerdings aber warte ich glaube ich glaube ich ich habe mich hier mich ich wollte ja weil ich habe den ein logo macht mit der ska dann hast du den kill gemacht mit worten habe ich so ein one shot gemacht deswegen wollte ich den killen und dann lockt er mich halt ein bisschen gefallen das wird das gestorben sind aber ja ich kann mir die ja hast du was ich hab schon hast du ein bisschen eine harmonie ja und dann lassen wir runtergehen ganz noch nach kisten gucken wir müssen hier noch ein bisschen aufgaben ich habe nicht passiert hier ist nett geht ich brauche vielleicht noch hier sind bandage ich habe hier noch ich höre noch nicht ja das alles nur ich habe leider wir können leider nicht noch welcher kurz gehen müssen wir nächste runde hier ist noch ein reaktiver ich kann mir kein medikit weil das verbraucht so viel zeit aber ich bräuchte dann mehr zwei ich habe gar nichts ja ich habe auch nicht ja ich habe gar nichts die med sind bei dem ort halt richtig zu wenig ich habe hier halt auch alles genutzt hier sind auch noch mal reaktive leute ich brauche kein hier ist ein jagd wer willst du ich kann nicht mitnehmen ich habe nur noch schnell flugzeuge zerstören ja aber nur macht nur eins kaputt das andere mache ich kaputt schlag dagegen wie schnell geht es kaputt jetzt fliegen wir mit flugzeug weg kommt ja da ist noch eins ja fliegt los aber weil die wälder wird können wir nicht mehr schlafen sollte ja auch nicht lasst dann mal zum expeditions außenposten besuchen bis zu suchen ja und hier wird die aufgabe vielleicht ist auch so ähm vielleicht muss man im zufass jetzt hören wo ähm wo gerade die Wege mit gibt weil bei mir hier die aufgabe dann sagt es äh die wege mit auch aber da sind noch die 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 Nein, lass erst mal, dass die Bär aus dem Post können, der es weiter anhanden zu machen. Ich bin leider umgegangen. Ich habe leider umgegangen, wo die Pfeil da ist. Ja, aber eigentlich verbrechen sie weiter. Wir können da die Nacht pfeilen. Ja. Lass mal hier kurz landen, aber nicht rausgehen. Hier sind Safe-Force. Ich habe es schon. Man muss da gar nicht landen. Da kämpft ein Safe-Force irgendwo gegen. Ähm... Alter, ist so eine Weite weg, ey. Da ist noch eine... Hier ist ein Pfeil, hier ist ein Weite weg raus. Wir haben uns da reingeracht und haben uns nicht mehr geblieben. Komm, wir gehen raus. Komm, wir gehen raus. Warum? Weil der alone ist. Ich komme noch zuerst hier. Komm direkt. Ja, ich komme. Oh, wo bist du, Alter? Der ist low, der ist low. Der ist schlecht. Wo fliegst du eigentlich? Wenn du den nicht killst, dann bist du richtig scheiße, Alter. Der hatte kein low. Hä? Warum? Woher kam der? Hä, sind die im Team? Ja, moin. Als ob das mehrere sind. Das war einer die ganze Zeit, der andere war ja übelst erkennbar. Ich hab den zwei jetzt ihm das gar gegeben. Leute, wie behindert ist das denn? Jetzt haben wir schon erste Runde und haben immer noch fast gar nichts. Ja, moin. Dann noch eine Runde. Mein Challenge ist hier immer noch. Oh, mit solchen Springs müssen wir landen und Rift benutzen. Äh, schade. Lass doch machen. Lass doch machen. Lass machen. Wir landen. Ähm. Wir gehen nach Loot Lake. Und machen da Kisten, weil da kann man ja auch machen. Und dann fliegen und dann, ähm, gehen wir ja auf irgendeine Expedition. Ja, lass, lass, ähm, Loot Lake. Dann, ähm, gehen wir in Richtung, ähm, Expeditionsposten von Dusty. Und dann holen wir uns da Flugzeug und, äh, gehen zu den ganzen, ähm, Weldingwoods und allen Expeditionsposten suchen wir dann. Ähm. Ähm. Alter, seit wann ist eigentlich... Oh, wir tun jetzt schon irgendwie 20 Minuten aufnehmen, alter. Hä, als ob. Ich übelst krank, ne? Wie schnell geht die Zeit rum? Wir haben noch Mut. Hä, was ist da? Ich guck raus. Wie schnell geht die Zeit denn rum? Ich rufe ein Flugzeug. Ich reiche hier oben. Nein, geht so was Anderem. Ich kann dich da mitnehmen. Nein, sonst sterb ich direkt. Also, wir lassen Flugzeug holen. Das ist kein Flugzeug, doch. Wenn ihr ein Gegner hingedankt, kann ich direkt nicken. Also Flugzeug holen, die Person dann nach Wolfi und dann, den Sorki auf mit dem Auto. Er hat schon eine Waffe. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Er hat eine Waffe. Scheiße! Komm zu mir, komm hier. Ich kann hier nicht wieder abholen. Ja, warte. Warte. Ey! Los! Nein, nach draußen. Ja. Komm, da rein in die Falle. Das wäre aber jetzt gar nichts. Ich hab doppelter, ja. Okay. Ich hab Rocket Moon. Warum ist hier denn schon wieder gar keine Gegner? Ich hab's auch. 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 Man muss da eh Taschenriss nutzen. Man muss da eh Taschenriss nutzen. Hast du einen Taschenriss? Ja. Gut. Bei mir ist Gegner. Warte. Warte. Warte, ich muss Schattenriss nutzen. Ja. Komm. Komm. Komm, Mann. Komm, Mann. Komm mal zu dir. Ja, ich hab ähm. Ich bin da vorne an diesem Haus. Hier ist ne blauer, ey, komm mal. Hier ist ne blauer. Hier ist ne blauer. Ich brauch die Bandagen. Ich hab auch ne so ne Dings, so ne. Poote Farbe. Äh, mach aus! Was ist denn schuldig? Hä? Ja, wir müssen hier weg. Warte, mach mir das einfach einpi это ты ведь? Ja. 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 Warte. Anges vac a b varte. mal komm wir gehen wir weg hier rüber selber ich springe an dieses ding an von diesem ding und fall runter anstatt leute ihr habt gesehen ich habe geschossen hat kein der mitbekommen er hätte noch sein müssen halt da sind die schon wieder los so lächerlich leute ne leute vielleicht schaffen wir die aufgabe mir ist ja natürlich vielleicht vielleicht aber auch nicht vielleicht auch schon vielleicht schaffen wir es ja noch ab vielleicht auch nicht ach vielleicht auch nicht ich brauche jetzt eine pistole besuche alle expeditionsausten 300 schaden verlauf eines matches zwei gegner töten sagen ich kann sie sie nur wenn ich aufnehmen schaffe ich eigentlich nie was ja aber mein gott hat gelegt ich habe sogar ein lot ich will das auch ein spiel haben nach frosty flights lasst dann nach wo man sie gerade weg dann gerade weg ich hab dich nicht mehr gehört weiß nicht warum ich weiß jetzt warum die ausgabe von die zeltzerstörungsfliege da steht fliegende ja meine müssen wir fliegen sonst ist dann gegenseitig in der luftabschiefe ich habe mir gedacht kannst du mal wir schießen einfach so lange drauf es ist ganz los und auch dann steigt der aus und dann schießen wir für weiter drauf und das ist ja dann noch in der luft schießen einfach weiter drauf und dann stellt sie auf und ich hab das weiter cool du Pistel ich lasse hier ne Minigun legen ich hab äh brauche dann äh äh Pumpgun oder so ich hab hier auch ne Minigun wir müssen schon wieder zonen alter sind wir die gegner super geschossen ja ich hab die neue sniper ich hab hier irgendwo noch ne Kiste hä ich brauch noch Kisten ich hör hier alle hä ja ich kann kommen wenn du es nicht findest du hast hier schon alles gelootet sagt ich weiß wie die Kiste ist ob du alles gelootet hast ich bräuchte noch ne AR hier ist ein Biggie hier ist ne Kiste haha komm mal hier ist ein Biggie ja aber ich such grad noch Kisten hä hier ist es ich hab die Kiste geöffnet was ist das für ein Drecksort Junge hier ist gar nicht komm mal warte ich guck erst nach hinten ja ich hab nur graue Sachen aus meinem Sniper die Dings die Dings die Dings manchmal hab ich auch alles ähm episch und so ich hab nen Tiki Chugga checken aber ich hätt mir den auf ich brauch so nicht künken wegen was ich hab nen Chucksach aber ich brauch so nicht künken wegen ich hab ne Diegel ich lass hier hier sind 20 reaktive Kleider jetzt gehts ab hast du ne Shotgun für mich weil sonst kann ich die Diegel auch liegen lassen also ne Pumpgun mein ich bei Shotgun ja ich hab ne Pump hier bei mir ist ne Pump nice ey hier ist noch ein Biggie kann kannst du zwei Biggies mitnehmen ähm ich kann einen trinken und den anderen kann ich nicht mitnehmen warum ich hab Chak Chak ich hab Chak Chak nein lass Chak 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 liegen dann nimmst du lieber zwei Biggies mit zwei Biggies im Besseren hier ähm hier oben auf dem Turm ist ein Biggie hol ihr den mal ja ich hab grad meine Sniper liegen ich hab grad meine Sniper liegen ich hab grad meine Sniper liegen äh und hier unten ist hier unten ist auch noch ein Biggie oder ne ich kann die nicht oder ja lass Chak Chak liegen ja wo sind die auf diesem Turm wo ich grad hochgehe auf dem Turm ist ein Biggie ja und hier unten in diesem Haus wo ich aufgebaut hab ist auch noch ein Biggie sollst du direkt finden hä bei mir oben ist da wo ich grad oben war keiner doch ähm du musst nochmal ganz oben außen rum gehen bruh bruh Warte, ich muss mir noch kurz bisschen Materialien geben. Ich konnte ganz schön. Ja, hol dir Materialien und fliegt mit anderem Flugzeug, okay? Ich flieg, schau mal. Was? Was? Hier ist noch nix. Ich kann jetzt wieder aufstellen. Ich hätte gar noch schaden. Okay. Äh. Warte. Ach man. Ach man, ich lasse jetzt. Ach man, wir kommen die Warnzone. Ach man, wir kommen die Warnzone. Äh. Ist hier keine Gegner? Doch. Aber wir haben doch erstmal auf den Berglauergröten. Okay. Komm doch auf den Berglauergröten. Nein, warte. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Wo ich markiert hab. Nächste Challenge. Oh mein Mensch, ja. Ich bin da nicht so hoch. Ach man, ich bin da nicht so hoch. Ach man, ich bin da nicht so hoch. So. Ach man, ich bin da nicht so hoch. Warum bringst du hoch? Komm, ey, Junge! Komm mal! Ja, flieg mit, komm! Hey, du musst zu dem Expeditionsaußenposten dicht drüber fliegen. Ja. Vielleicht kann ich mich da gerade gar nicht drüber steuern. Dann... Geh auf einen anderen Platz, geh auf einen anderen Platz! Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Okay, gut. Nächster! Ja. Ja, den haben wir schon. Äh, ja, den haben wir schon. Also, ich hab' noch nicht. Komm bitte! Ja, aber halt ausschauen nach noch einem. Weil ich hab' jetzt erst vier. Ja. Muss mal kurz gucken, damit wenn ich... 20 Uhr... Okay, jetzt müssen wir... Ja, also schneller rumkommen. Schneller. Ja. 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 Ähm, jetzt. Ich seh' keinen. Es wird, dass hier uns aussieht, muss. Da ist geiler Loot. Lass mich. Boah, ich versuche euch nicht. Das System die. Ey, die Zone kommt. Ja. Los. Ich gucke, ob wir so ein Außenpasst gehen. Also, einer ist hier auf jeden Fall bei Happy Hamill hier. Und einer ist hier. Und dann fehlt uns noch ein anderer. Und Pea weiß ich auch, wo er ist. Und wo hat er geschmeist oder geschossen? Er muss jetzt noch nicht aussteigen. Ja. Ey, aber du fühlst schon ein bisschen komisch, ne? Ich sag dir, wenn du Gegner so... Wo kamen die? Von wo kamen die Schiffe? Ja, von so da, von diesem Base House. Hast du, äh, Sniper Money? Mach mir erst ein Big, ja, hab ich. Danke. Ich hab ein Biggie geworfen. Ich hab ein Biggie geworfen. Ja. Ich hol mir kurz hier. Ich war immer zusammenbleiben, wenn wir nicht zusammenbleiben. Vielleicht sehen wir im Sinn. Ja, schloss. Der ganz weiß. Die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen kämpfen. Na, wir kämpfen schon die ganze Runde. Ah, ich hab eigentlich, ähm, Mut für so Puschen, weil ich hab Blau, Pumpgun und Diegel. Aber ich hab heute noch null mal Diegel gespielt. Ich sag's dir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so hart mit Diegel abgehe. Als... Ich seh's so. Och, Mann. Ey, von S ist ein Gegner bei S. Ich hab Blauer, ey. Guck, Puschen, komm. Wir gehen die Puschen. Aber nicht schießen, ne? Nur mal so falls. Da fliegt ein Flug, ey. Da sind grad zwei vom Flugzeug raus. Von vorne. Der eine Typ hat nur 105er. Auf S. Wir gehen erstmal auf die und dann auf die links. Ja. Auf links und aufreißen. Der erstmal auf die. Ich hab nicht so viel neb. Ich auch nicht. Wir müssen links. Das war ein paar so. Das ist auch nicht. Boah, ich hab den richtig viel Schaden gemacht. Ich hab die Biegen jetzt. Den eine aufzusuchen. War da noch jemand? Ja. Aber der hat heute schon 105er Sniper. Warte, Eija, ich seh den. Hol dir den Kinn. Hat er einen mitgegeben? Komm. Komm. Warte, ich geb den Biggie, ich geb den Biggie. Nein, komm runter, komm runter. Wir werden abgeschossen. Komm runter. Nein, von links. Nein, von hinten. Ich weiß, deswegen sag ich ja, komm runter. Kann ich ihm nicht helfen. Kann ich ihm nicht helfen. Warte, der kommt. Warte, der kommt. Kann ich ihm nicht helfen. Warte, der kommt. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Scheiße. Ich hab halt einfach gar keine Mets. Ich kann ihn wieder mal nicht snipen. Ich brauch so halt chill, Alter. Ey, jetzt kann ich mir den geilen Loot nicht holen. Ich seh den Healing und alles. Da sind überall Gäste. Ich bin no life. Der Rocket Launcher. Warum muss ich immer gegen so gute spielen? Oh, Alter. Weißt du, wie close das ist? Schieß hier doch runter, oder? Nee, der ist ge... Da ist rechts einer vom Puschten. Mach, komm. Dann kennst du die guten Aldi zwölber. Ja. 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 Mhm. 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 Leute. es kann doch nicht sein jetzt sind das das letzte du was ist mit dem dingstypen alter alter ich hasse das spiel er hast du gesehen wie meine sniper schüsse so klopfen und auf einmal warum hat der rocker typ warum ist der so lost warum das war doch der ding season das waren season 3 spieler warum kann man so schlecht sein wenn man seit season 3 spiel der müsste nur einen genockt haben der mit 200 leben wäre der tod dann hätte ich die bekommen leute und dann hätte ich halt auch den wind geholt ihr habt ja gesehen da hätte ich geilen loot gehabt dann hätte ich mich hielen können die anderen leute waren alle solos alles camper alle loste typisch hätte ihn geholt leute das wäre geile ende fürs video auch wenn wir die chance nicht geschafft haben leute ist ja übelst krank wir müssen gegnern in einem match 300 schaden machen ja als ob ich das immer noch nicht ich habe ich habe doch so viel schaden gemacht ne warum kann ich das eigentlich nicht haben ich hab nein ich hab das schon noch gegnern in einem warte die herausforderung noch 7 äh ja hier warte dann noch eins ist hier bei dem anderen wo ich hier noch drei stück mir fehlen auch noch wie viel noch drei okay ihr könnt ihr in einer stunde könnte ich vergessen ich schätze wir brauchen ja aber man kann es ja versuchen man also jetzt habe ich gar keine waffe ja du bekommst hier jetzt und jetzt noch expeditionsausten zum beispiel hätte ich die so weggelassen da wo ich markiert habe ist noch einer Nur noch der und dann noch ein anderer. Wo ist der Letzte? Aber dann fehlt ja immer noch einer. Man versteht dich übelst schlecht. Hallo? Hallo, hallo? Hallo. Das versteht man mich jetzt besser? Ja. Hier sind Gegner. Hier sind doch keine Gegner. Doch, hier sind Gegner. Und ich hab keine Waffe. Ich fülle den mal, ich will ne Waffe. Ah, weiter. Ich will, ich will. Ah. Wo ist denn sein Sniper? Ich hab die. Nein, ich will Sniper. Du kannst den, ah, danke, nice. Kannst du mir ein bisschen, ähm, Dingmoni geben, ähm, für diesen Revolver? Ja, aber ich will Snipermon und Schottgarnmon. Und Maschinenpist-Hormon. Ich hab für alles nix. Hä? Du hast mir... Warte. Ich brauch Maschinenpist... Maschinenpist... Achso, da. Hä? Achso. Warte, hier. Ich drobe die hier. Ah, er und ich will Maschinenpistolen noch. Nice. Kannst du Medikid auch noch mitnehmen? So, wo gehen wir als nächstes hin? Jetzt haben wir den. Jetzt nur noch... Ähm... Expeditionsaußenpist... Oh, wo ist der letzte Alter? Komm weiter, fliegen schnell. Ähm... Irgendwann geht es nicht. Mann. Und da ist der letzte. Und dann ist es... Ich muss... Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Aha. Wir werden nicht alle Aufgaben schaffen. Selbst nicht. Uns fehlt noch X-Wing. Und uns fehlt noch Rifts. Aber da hatten wir Unglück, Leute. Also... Das... Könnt ihr euch... Uns jetzt nett wie so nehmen, oder? Übergegner mit Tarnach zu verletzten. Also... Ähm... Mit Pistole noch ein... Maschinenpistole sieht auch aus Pistole. Mit Pistole noch Gegner eliminieren. Und es ist schwer. Ich muss ihn noch einigen nehmen. Ja, okay, dass wir keine Taschenwilfs können. Wenn wir gefunden haben, können wir auch nichts dafür. Ja. Leute, das... Das kann man nicht. Nein, wir können... Wir können auch die... Wir können auch die anderen nutzen. Hier ist ein anderer Fluchtflugzeug. Wir können auch die anderen nutzen. Elastik, da steht... Da sind ein paar Gegner, komm uns. Raus, 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 komm aus dem Flugzeug raus. Ich muss noch zum Expeditionsausschuss... Ja, komm doch, hier sind zwei Gegner, komm. Ja, schneller kann ich dann nicht kommen. Die sind los. Ich hab' einen gelockt. Ich hab' einen gelockt. Ja, lass mich den zweiten killen. Ich hab' einfach einen mit Flugzeug gekillt, ja. Ich weiß, es war auch ganz geil. Hast du shotgun-Munition? Ja. Ja. Nächste Aufgabe. Geil, ey, aber ich hab' halt auch grad' richtig an. Lucky mit das... Loll, einfach einen mit Flugzeug gelockt. Ich hab' noch nie einen mit Flugzeug, mit der Maschinen gekillt. Ja, ich weiß, ey, aber ich hab' den auch direkt gefinisht, damit den Killers kommt. Ähm, warte, nein. Äh, ich mach' den in die Luft und steig' aus. Und dann? Hä? Kannst du ganz normal fliegen, ganz gerade? Steig' ein und flieg' ganz gerade. So, dass ich schön abschießen kann. Warte, ich komm' noch ein bisschen weiter runter. Ja, aber bloß nicht, äh, erst ganz am Ende rausspringen. Ey, ich kann nicht weiter runter. Junge, das ist schon wieder. Was ist das? Jetzt kann ich runter. Warte, ich mach' den in die Luft. Warte, ich komm' kurz. Hä? Lande mal, lande mal kurz. Ich muss was austesten. Weil sonst verbrauchen wir zu viel Money. Lande! Wie viel Leben hat das Flugzeug? Warte, ich guck' kurz... Ist noch fast vorhin und jetzt. Ey, steig mal aus, so kann ich dir keinen Schaden geben. Nein, steig aus, steig aus. Nein, nein, bitte nicht wegfliegen. So. Und nichts kaputt machen, ich sehe es ganz low. Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Jetzt steig ein, flieg hoch und spring raus. Und dann mache ich es gut so kaputt. Hast du die Aufgabe? Gut, jetzt machst du, machen wir es bei dem anderen auch. Ja, aber kannst du diesmal draufschießen, weil ich habe fast keine Munde mehr sonst. Alter, was du zieht der weg. So, jetzt fliege ich los, aber noch nicht schießen, erst wenn ich raus bin. Warte. Wir sind so Aufgabenstile, Alter. Ich glaube, irgendwie... Ey, hast du, äh, hast du AR-Monie? Ähm, nee. Ich habe selber fast nichts wegen diesem, äh... Fuck, hier ist kein Flugzeug mehr. Warte, ich muss kurz auf die Uhr gucken. Äh, wie lang? Okay, Leute, wir haben die Aufgaben nicht geschafft, jetzt ist die eine Stunde rum. Deswegen, Leute, sorry, dass wir es nicht geschafft haben. Wir haben unser Bestes gegeben. Mit den Rift könnten wir nichts dazu. Mit der Pistole war anlacken. Sonst haben wir alles geschafft. Haut rein, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und drückt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst, Leute. Haut rein. Ciao. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.